Praktikum Physikalische Chemie Gefrierpunktsinnidrigung Die molare Masse eines bekannten Stoffes kann mithilfe dieser Formel berechnet werden, wobei dies in der Regel über die atomaren Massen geschieht, die im Periodensystem gelistet sind. Die molare Masse eines unbekannten Stoffes kann aber auch durch die Messung der Gefrierpunktsinnidrigung von verdünnten Lösungen dieser Substanz in geeigneten Lösungsmittel bestimmt werden. Die Gefrierpunktsinnidrigung gehört neben der Siedepunktserhöhung, der Dampfdruckernidrigung sowie dem osmotischen Druck zu den kolligativen Eigenschaften. Das sind Eigenschaften von Lösungen, die nur von der Anzahl der gelösten Teilchen abhängig sind, jedoch nicht von der Art der gelösten Teilchen. Beim Abkühlen einer Lösung werden Ihre Moleküle langsamer. Je langsamer sie werden, umso stärker werden die intermolekularen Anziehungskräfte, sodass sie einen Kristall bilden. Die Lösung gefriert und ändert ihren Aggregatzustand von flüssig zu fest. Reine Lösemittel besitzen bei gleicher Temperatur einen Schmelz und einen Gefrierpunkt und befinden sich im Gleichgewicht. Beide Phasen haben somit denselben Dampfdruck. Aus dem ersten Raulchen-Gesetz folgt, dass der Dampfdruck über eine Lösung niedriger ist als der Dampfdruck über dem reinen Lösemittel. Die Dampfdruckerniedrigung ist proportional zum Stoffmengenanteil des gelösten Stoffes. Aus dem zweiten Raulchen-Gesetz geht hervor, dass eine Lösung später gefriert als ein reines Lösemittel. Diese Gefrierpunktserniedrigung kann mit dieser Formel berechnet werden. Der Stoffmengenanteil der gelösten Substanz kann durch das Verhältnis der Massen und der molaren Massen des Lösungsmittels sowie der gelösten Substanz ermittelt werden. Das Verhältnis der Massen der gelösten Substanz M2 zur Masse des Lösemittels M1 ergibt dem Massenquotient M-Stern. Die stoffspezifischen Konstanten des Lösungsmittels und die Gaskonstante lassen sich zur kiroskopischen Konstante zusammenfassen. Damit erhält man für ideale Lösungen die Formel der Gefrierpunktserniedrigung, wobei die Molalität als der Quotien von M2-Stern zur molaren Masse des gelösten Stoffes definiert ist. Da das zweite Raulsche Gesetz nur für ideale Lösungen gilt, müssen die Messwerte für reale Lösungen auf unendliche Verdünnungen extrapoliert werden. Um die molare Masse einer unbekannten Substanz zu ermitteln, wird der Gefrierpunkt der Substanz bei unterschiedlichen Massenkonzentrationen bestimmt. Für die Versuchsdurchführung wird benötigt eine Präzisionswaage, ein Digitalthermometer, ein XT-Schreiber, Reagenzgläser für Lösungen unterschiedlicher Konzentrationen, ein Eisbadthermometer, sowie ein DEVA-Gefäß auf einer Magnetroplatte. Für das Kältebad werden zunächst ca. 300 ml Wasser und 60 g Kohlsalz abgewogen. Das Salz wird unter Rühren in dem DEVA-Gefäß mit Wasser gelöst und anschließend mit Eis versetzt. Das Kältebad dient zur Abkühlung der Lösung bis zur isothermen Kristallisation. Die Reagenzgläser werden nach dieser Tabelle mit der Vorausslösung und dem Wasser auf der Oberschallenwaage gefüllt und anschließend jeweils mit einem Magnetrührer bestückt. Der XT-Schreiber wird entsprechend der Vorschrift eingestellt und mit dem Temperaturmessgerät verbunden. Das Bezugsthermometer wird in ein eisgefülltes Gefäß positioniert. Das Digitalthermometer wird auf Differenzmessung gestellt. Anschließend werden die Reagenzgläser nacheinander in das Kältebad gehangen und kontrolliert, ob die Rührfunktion gegeben ist. Der Messfühler wird mittig in das Reagenzglas eingebracht. Die Temperatur der Lösung beginnt zu sinken, zunächst bis unter den Gefrierpunkt und steigt beim Entstehen erste kristallisch sprunghaft auf den Gefrierpunkt des Lösemittels an. Der XT-Schreiber nimmt diese Gefrierpunkterniedrigung auf, indem der Marker beim Sinken der Temperatur auslenkt und sich bei der isothermen Kristallisation einpendelt. Die Kristallisation der Lösung ist nicht nur mit dem Schreiber erkennbar, sondern auch mit bloßem Auge. Zuerst wird auf diese Art der Gefrierpunkt des reinen Wassers bestimmt. Anschließend die Lösungen 1 bis 5. Zum Abschluss wird die Messung mit reinem Wasser wiederholt. Kommen wir nun zur Auswertung. Nach Beendigung der sieben Kristallisationsversuche wird das Schreiberbild ausgewertet. Die Kristallisationspunkte des reinen Wassers werden durch eine Linie verbunden und die Auslenkungen werden beschriftet. Anschließend wird die Schreiberauslenkung für die einzelnen Messungen relativ zur Linie des reinen Wassers abgemessen und daraus die Gefrierpunkterniedrigung bestimmt. Die Messergebnisse von sechs unterschiedlich konzentrierten Lösungen werden in Tabelle 1 zusammengestellt. Die Auslenkung des Schreibers wird zu Δt umgerechnet, wobei 60 mm einem Kelvin entsprechen. Die Zusammensetzung der verwendeten Vorratslösung ist in Tabelle 2 beschrieben. In Tabelle 3 wird der Quotient aus der Gefrierpunkterniedrigung und den Massenquotienten aller Lösungen berechnet. Dafür muss zunächst die Masse der gelösten Substanz M2 bestimmt werden. Anschließend wird die Masse des Lösungsmittels M1 ermittelt. Um dem Massenquotient M2 Stern zu berechnen, werden die beiden Massen M2 und M1 dividiert. Anschließend kann der Quotient aus der Gefrierpunkterniedrigung Δt und dem Massenquotient M2 Stern bestimmt werden. Der Quotient aus Δt und M2 Stern wird in Abbildung 1 gegen den Massenquotient aufgetragen. Aus der linearen Regression des Diagramms wird der Quotient auf die Konzentration 0 extrapoliert. Anschließend kann die molare Masse des gelösten Stoffes aus der kyroskopischen Konstante und dem extrapolierten Quotienten Δt durch M2 Stern berechnet werden. Der relative Fehler ergibt sich aus der RGP. Zuletzt wird das Deckblatt mit den errechneten Werten ausgefüllt. Dabei ist auf die Angabe der signifikanten Stellen zu achten. Zuletzt wird das Deckblatt. Zuletzt wird das Deckblatt. Zuletzt wird das Deckblatt.